und damit ein herzliches willkommen und schön dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren folge von minecraft so wir haben jetzt hier oben die wand so weit hochgezogen beim letzten mal der boden ist ja fertig unser glas köchelt noch so schön vor sich hin nehmen wir mal mit da haben wir ja noch was spezielles mit vor jetzt müssen wir mal gucken müssen wir mal gucken ob keiner da haben wir jetzt nicht mehr ganz so viel von so wir brauchen auf jeden fall mal was für was haben wir denn sonst steinchen wir müssen ja uns mal ein dach bauen das wäre ja mal gar nicht so übel so ist gucken wir mal was gibt denn hier so schönes nix 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 bett ja mit wir auch schöner war haben wir nicht okay da gibt es nix in der stufen stufen bruchstein treppe da könnten wir natürlich supi cool ein dach mitzimmern oder hiermit gute frage wir machen mal ok 32 stücke man davon gekriegt das hieße wir müssen noch mal ein bisschen abbauen gehen wo ich dann noch mal zurück das ist scheiß hinterlegt und zugenäht wo ist er die sind im wasser das ist ja auf jeden fall kommen weg vom haus hier jetzt gucken wir mal das wird ihm eine verblätten kollege hallo jetzt noch ein und ein so den haben wir schon mal erledigt verdammte creeper okay es ist mal gucken wie wir hier am besten mit dem haben wir noch erde dabei ja einundzwanzig stück so zack jetzt mal hier mal ein bisschen ich hoffe dass das so funktioniert wie ich hat vorab noch ein so jetzt gucken wir mal setzen wir das jetzt was hier an das ist was oben an falsch das war mal anders so wenn wir den jetzt hier drauf setzen ist natürlich auch was ist denn das was ist das was ist das da hinten ach ein wolf wir kriegen besuch denn zack 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 rein in den baum hatte ja wir machen uns das hier schon das ist falsch da will er das nicht so wie ich es ist wieder schon lange kein dach mehr gebaut also schwede aber das kriegen wir das ist mir erst mal hier also wir brauchen so viel material mir schwanter ganz böses das wird nicht hinhauen passt das wenn es nicht passt ok das passt nicht warte mal jetzt gehen wir mal hier ein hoch so ach eine kuh gucken ein theoretisch müssten uns eigentlich hier so genau sowas bauen also das haben wir ein problem dann kann man mich nicht mehr weiter damit wir hier entlang flitzen können jetzt hoffe ich mal dass er so passt hervorragend aber ich glaube wir haben zu groß gebaut meine frisse das könnte was länger dauern ja wir haben heute nicht so im bauen nicht so schlimm so wir müssen auf jeden fall mal gucken dass wir uns im bett kaufen kaufen machen jetzt haben wir keine erde mehr wir haben keine erde mehr ach ja verzweiflung vielleicht können wir ja zumindest das hier fertig machen gucken wir mal und das sieht schlecht aus so aber das wir kommen jetzt auch ja schon mal ein bisschen näher aber zumindest mal die erste reihe stehen sondern dann schauen wir mal wieder das hier weiter basteln wir müssen dann auf jeden fall die reihe zu ende ziehen wir brauchen ganz viel ganz viel steine ok irgendwie reingehen ja passt so haben wir vielleicht noch was in der tour gucken wir doch mal nicht wirklich nicht wirklich nicht wirklich also müssen wir auf jeden fall uns da noch ein bisschen was holen wir müssen gucken dass die creeper uns hier nicht erwischen ja meins das haben wir schon mal jetzt gucken wir doch mal hier ein kleiner wolf aber keine schafe keine schafe keine schafe so der wolf der ist schon ok den lassen wir da wo ist wir gucken mal dass der große wolf wir brauchen auf jeden fall noch steine ganz viel steine man haben wir ja hier genug so ist ja nicht da können wir ja jede menge abzwackeln setzlinge ok dem braten traue ich sowieso nie weil irgendwie immer was im wasser neuerdings unterwegs ist sehen wir erstmal die spitze und böllern die weg so der dauert zwar ewigkeiten aber egal müssen wir auf jeden fall mitnehmen weil sonst können wir unser schönes dach hier nicht so weit fertig kriegen ja mal gucken dass wir nicht zu tief rein gehen weil wir haben ok ladefehler wir haben glaube ich keine fackeln dabei und wir müssen halt aufpassen wenn es dunkel wird oder haben wir fackeln äh ne aber wir könnten uns eine fackeln machen so ist es ja nicht lalalalalala so machen wir uns mal vier fackeln das reicht glaube ich ne so oh es wird dunkel ok das ist keine gute idee hier zu bleiben dann müssen wir nämlich kämpfen da habe ich jetzt ja gar keinen bock drauf so also ab zurück zum haus wuppika die sonde geht unter lalalalalala schweine wälder jippie bumm so was zu essen machen wir noch Entschuldigung oh ja ja abschmeichern schnell und schnell zu haus schnell zu haus leider war so wichtig gucken wir mal gibt es hier noch was hallo ach ja unsere sachen einsammeln spinnen das sind spinnen spinnen ach ja erde brauchen wir auch noch oh kaka die creeper baden immer noch mhm wir brauchen noch erde Tür zu äh und wir brauchen eine schuppe wir haben gar keine schuppe soweit ich das weiß ne nö haben wir nicht warte ja guck mal da ist eine schuppe zack haben wir ne ja haben wir gut dann können wir das nämlich hier um basteln wo ist sie zack ja das tun wir da hin dann haben wir hier noch schießpulver wieder gekriegt das ist sehr gut mhm da ist der der wolf und da sind zombies alter schwede warte mal gucken wir nochmal können wir dem helfen ah die greifen den gar nicht an auch ein creeper oh fuck da sind auch zwei alter hier sind jede menge creeper unterwegs aber wir werden uns hier mal durchschlagen alter schwede was wollen die immer hier was willst du denn oh ich glaube ich habe ein dreizack kann das sein jawoll dreizack ausrüstung 6 angriffsschaden wie geil ist das denn das jetzt hier komm jetzt komm jetzt da ich habe den nächsten dreizack du bist sowieso behindert alter also was willst du das ist eben gucken warte das ist gefährlich im moment hier alter schwede hier sind zu viele creeper und dann verstecken sich hier noch die kleinen schnackelbackel star skelettoren da ist aber da haben wir noch ein ausrüstung dreizeck ja der ist cool egal wir müssen ja hier ein bisschen mal zur rande kommen naja mach dich vom acker alter oder sowas vom acker hm hm na komm put 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 die sind cool die teile gefällt mir gefällt mir ah da kommt schon wieder einer so ein bisschen aufleveln ne so wir brauchen aber erde so haben wir auch wie geil ist das